Die 50er Jahre halten schwungvollen Einzug in Felixdorf beim Rock'n'Roll Tanzabend im Kulturhaus. Die Jailhouse-Dogs rund um Konstantin Luger begeistern dabei mit authentischer Musik aus der Welt von Grüßen wie Elvis Presley, Chuck Berry oder Johnny Cash. Klar, dass dabei keiner ruhig sitzen bleibt. Auch Bürgermeister Andreas Hueber beweist, dass er den Rock'n'Roll im Blut hat. Ein gelungener Abend und ein weiterer abwechslungsreicher Punkt im facettenreichen Kulturkalender von Felixdorf.